Wusstest du, dass alle Geschirrspieler von Siemens mit HomeConnect ausgestattet sind? In Verbindung mit der App kannst du dadurch dein Zuhause zu einem noch intelligenteren Ort machen. Wenn du wissen möchtest, wie du mit der innovativen HomeConnect-App deinen Geschirrspieler bedienen und ihn an deinen dynamischen Alltag anpassen kannst, dann bleib unbedingt dran. Das hier ist nicht bloß irgendein Geschirrspieler. Das ist wegweisende, intelligente Technologie. Mein Geschirrspieler hier lernt nämlich dazu und ist stetig dabei, seinen Programmablauf so zu optimieren, damit für mich bzw. für dich alles genau so abläuft, wie wir es uns wünschen. Ermöglicht wird das durch das Intelligent-Programm. Das Intelligent-Programm ist ein Geschirrspielprogramm, das auf Rückmeldungen in der App reagiert, um ein für dich maßgeschneidertes Spülprogramm zu konzipieren. Dafür musst du einfach deinem Geschirrspieler über die HomeConnect-App mitteilen, wie zufrieden du mit der Programmdauer, dem Reinigungs- sowie dem Trocknungsergebnis bist. Über dein individuelles Feedback lernt dich dein Gerät immer besser kennen, versteht welcher Spültyp du bist und passt die Einstellungen entsprechend an und erstellt ein individuelles Programm inklusive Angaben zum Wasser- und Energieverbrauch. Dadurch erhältst du einen detaillierten Überblick über das, was dein Geschirrspieler da so macht und was dein Geschirrspieler braucht, so zum Beispiel neue Spül-Tabs oder Spezial-Salz. Du behältst die volle Kontrolle über dein Zuhause. Dein persönliches, maßgeschneidertes Programm bleibt übrigens auf der Taste Intelligent gespeichert und du kannst es jederzeit direkt über die Menüleiste der Blende abrufen. Siemens weiß allerdings auch, dass der Alltag vielseitig ist. Und um dem gerecht zu werden, kannst du über die kostenlose Download-Funktion in der HomeConnect-App die Programmauswahl deines Geschirrspielers um bis zu fünf Programme erweitern. Das war aber noch nicht alles, was diese fantastische App alles kann. Klar, du kannst unter anderem die Anzahl deiner Spül-Tabs checken, den Spülgang mit der App starten, aber du kannst auch eine Ferndiagnose durchführen lassen, wenn mal etwas nicht so laufen sollte, wie du es willst. Die Experten von Siemens sind quasi nur ein Knopfdruck weit entfernt, um dir mit Rat und Tat zu helfen. Die Techniker analysieren das Problem durch einen von dir erlaubten Fernzugriff und beheben es entweder direkt oder im Falle einer Reparatur kann gleich ein Servicetermin vor Ort vereinbart werden. Um das Maximale aus der Geschirrspülmaschine herauszuholen, empfehle ich dir, dein Gerät mit der HomeConnect-App zu verbinden. Dafür aktivierst du den HomeConnect-Assistenten am Geschirrspüler. Anschließend nur den Anweisungen im Display folgen und schon ist dein Hausgerät mit der App verbunden. Das folgende Onboarding ist spielend leicht. Du unterlegst dabei die Grundeinstellungen, wie zum Beispiel die Wasserhärte, die du übrigens problemlos bei deinem lokalen Wasserwerk erfragen kannst. Du kannst auch den gewünschten Trocknungsgrad, Signaltöne und die Farbe der Innenbeleuchtung festlegen. Und das Beste ist, das war noch längst nicht alles. Mithilfe der HomeConnect-App lassen sich alle WLAN-fähigen Siemens-Hausgeräte ganz einfach mit dem Smartphone steuern. Auch von unterwegs. Und dein Zuhause wird intelligent und vernetzt, was dir neue Perspektiven und vor allem Möglichkeiten eröffnet, um deinen Alltag ganz genau so zu gestalten, wie du es willst. Willst du wissen, was du noch so alles mit der App anstellen kannst? Dann schau doch mal hier unten in die Videobeschreibung, da habe ich dir die App verlinkt. Viel Spaß beim Entdecken deiner Möglichkeiten. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Wenn du noch mehr über die intelligenten Hausgeräte von Siemens erfahren möchtest, dann schau doch mal hier vorbei. Und wenn dir das Video heute hier gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Also bis zum nächsten Mal.